Was macht er jetzt damit? Ne, das lässt er so okay. So. So. Andersrum wäre er glaube ich schlauer. So. 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 So, was brauchst du jetzt? Ich glaube der braucht Strom. Und einen Chunklauter. Den brauchen wir wohl auch. Gut, jetzt habe ich keinen Alarm gehört. Ist auch vollkommen egal. Passiert ja nichts. Portal mal hier hinsetzen. Haben wir noch einen Chunklauter dabei. Junklauter. Äh, ein End. Oh. Ein Zaubertisch. Da brauch ich noch ein Buch. Oh, Bücher habe ich doch hier. Apropos Buch. Effizienz könntest du auch benötigen. Erhaltbarkeiten nutzen, die Effizienz, ja. Plünderung, Looting, ja, lassen wir mal die Erfangspunkte behalten wir mal uns eben. Ich brauche ein Buch und ich brauche das Rezept dafür. Da habe ich nämlich schon den ersten Fehler. Das Buch guckt nämlich nach oben. Weil man ist ja voll, hat Inventory Tweaks, beziehungsweise NEI und kann sich einfach die Rezepte angucken. Not enough items, sowas. Not enough items. Obsidian. Obsidian. Wo haben wir denn Obsidian für den Zaubertisch? So, dann gibt es nämlich jetzt Zauberei, beziehungsweise den Chunklauter. Machen wir mal das Rezept bitte da hin. Ist nur, ach guck mal, 114 Stück für nichts tun. 100 Stück für nichts tun. Mach ich trottel. Ich trottel, ich muss da hier umsuchen. Gold. Gold, 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 Gold. Bö? Da. Ist er da hinten noch? Wie weit ist er denn da eigentlich? Das frage ich mich mal gerade. Hier hat er alles weg. Hier hat er alles weg. Oh, wir können was weitermachen. Wir können ein bisschen mehr machen. Was hat er denn noch so hier drinnen? Ah, guck mal hier. Soll er niemals drauf gehen? Machen wir noch ein paar. Da rein. In Gold kann man immer genug brauchen. Ein mit dir und Lauf. Lauf, ho ist. Wir gehen ins Bett und versuchen das dann halt da hinten fertig zu machen. Soll ja alles laufen. Wenn ich dann halt loslegen kann. Loslegen kann, Öl. Für Raffinerie. Für Benzin. Chunklauter. Den vielleicht noch. Gucken wir mal. Hua. Äh. Ach so. Jetzt weiß ich, warum er so ein bisschen rum buggyt. Machen wir das doch vielleicht mal. So. Sag mir, dass du Strom brauchst. Sag mir, dass du nur Strom baust und keine irgendwelche Pumpen. Nein. Nein. Sein Rotzlöffelrohr hat er hier, aber. Will er irgendwie nicht abpumpen. Hö. Ja. Damit du Sau. Chunklauter. Gar nicht so einstellen hier. Schauen laser an. Ja. Reicht. also ich gucken wir mal wie weit du denn da runter gehen kannst und ich glaube schon wieder aufnahmestopp machen ich muss mal wieder ein bisschen rendern ich habe eigentlich noch genug was zum ändern ist das eine große quelle es geht so eine große ist es nicht oder wir haben eine große quelle erwischt also eine so eine fünffach quelle die zeichnet sich immer aus dass sie so diesen groß ist so dadurch jetzt rummeckerst du keinen strom hast wieder bestimmt nur bildkraft energie haben wollen gucken wir was wir da hinten für pumpen haben hier hier vorne ich brauche ein elektrik kostet aber auch nicht die welt motor ich glaube nur ein motor ist das einfach motor mit uhrzeit was kostet denn komm wir machen hier so eine zinn bereisen und zinn zahnräder alles klar eisen in der mitte würde ich auch sagen oder mal ein paar mehr von 20 stück wo noch pistens kommen wir mal anders machen könnte zinn zahnräder her ist gut pistens ob ich die bitte eingespeichert kommen genau dafür brauchen acht stück links rechts das ach ja man versucht sich wirklich ja alles fertig zu kriegen boah was hat er denn da so durch so schnell da zinn und kolben koko kolben da sind sie dankeschön und bis zum nächsten mal und auf wiedersehen da brauchen wir auch nur ein von wochen ein hebel hier haben wir noch ein hebel und wir brauchen strom aber warte mal habe ich hier drüben ich doch hier drüben ich doch hier drüben komm da können wir das kabel nehmen für reichen dafür dann nehme ich das hier hin genau so so jetzt habe ich eigentlich hätte ich zu wenig gehabt moment jetzt zwei hebel dann habe ich lieber ein hebel zu mehr als kabel jetzt irgendwie andere noch zu nutzen was ganz einfach nicht runter fliegen weil erde baut er schnell ab der wahnsinnige hier so wir machen das jetzt so machen das jetzt ganz einfach so schalten euch beide an so und jetzt bitte bitte pump öl da rein yes und dazu fehlen er pumpte 10 rein geil wir bekommen unser öl hier weg bzw an den stellen und dann ist das schon geil zu hoffen dass er jetzt öl hinten hat öl fließt hier rein ist nicht viel da kommt wieder ein schwung 1000 ja lassen wir jetzt auffüllen öl ist drinnen heißt das stehendes öl oder so wird irgendwas war da da ne stehendes öl genau geil 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 wir haben öl wir haben öl und damit können wir jetzt auch irgendwann weitermachen weil wir sind ja noch nicht ganz fertig die kommen ganz gemütlich unten rein den elektromotoren polen können wir zusammen aber kommen zwei gleiche polen hat man auch nicht mal glück bei öl läuft das läuft was haben wir jetzt unten im keller für maschinen weil hier sind ja nur tanks drin hier kommen ja noch paar tanks beziehungsweise kommt noch ein etagetank mehr rein genau der läuft er ist eh aus hier die hier die müssen jetzt auch alle verbunden werden werden jetzt alle mit ach hier unten ist das schon verbunden ist klar hier kommen nicht nur ein großer hin kommt hier ein doppelter hin bin ich aber überlegen es gab doch glaube ich auch zweier doppeltea liefen wie viel also die laufen mit kohle da war das problem die sollen ja mit kohle laufen wenn ich zu kohle zu viel habe oder mit holz die laufen so ja was machen wir denn noch wir können die erst mal so rein laufen dann dafür brauchen wir aber halt bestimmte abstände dafür da müssen wir noch turbin herstellen dafür brauchen wir aber stahl und zwar nicht zu wenig stahl sondern etwas mehr hier hast du noch was mach was was du tun kannst das teeröl könnte da rein das heißt wir brauchen fuel dinger die nicht die brennkessel haben wollen wir sie denn nicht die heizkohle sondern die anderen dinge